Hey zusammen, ich bin's mal wieder. Ich bin gerade auf dem Weg zu Dave und Nina. Die beiden haben durch die Verlosung zum gemeinsamen Kochen mit mir gewonnen. Das Coole daran ist, dass die beiden noch gar nichts davon wissen und ich werde sie in ihrer eigenen WG jetzt überraschen. Da ist schon jemand. Entschuldigung, weißt du gerade, wo Dave und Lena wohnen? Ich bin Dave. Warte, du bist doch Janine von Janine's Kitchen Story, oder? Ja, genau. Haben wir die Verlosung gewonnen? Ja. Oh, super. Wir haben eben die Wäsche fertig. Oh je. Perfekt. Lena wird sich so freuen. Wir haben die Verlosung gewonnen von Janine's Kitchen Story. Komm schnell. Oh Gott, ich beeile mich. Was ist denn hier los? Und das ist jetzt unsere Küche. Okay, wow. Hier müssen wir erstmal richtig Ordnung machen und den Abwasch machen, bevor wir ja anfangen können zu kochen. Okay, dann würden wir das hier nutzen. Oh je, Mini. Nee. Ja, eigentlich ist die perfekte Lösung dafür das Handyabwaschmittel. Ist das Geschirrspielmittel? Ja, und zwar das Beste. So, wie es jetzt rausgestellt hat, konnte ich jetzt Lena und Dave zeigen, wie sie das Handygeschirrspielmittel richtig benutzen. Wir haben die Küche sauber gemacht und das ganze Geschirr. Und ja, jetzt würde ich sagen, könnt ihr meine weiteren Storys weiterverfolgen, wie wir mein leckeres Rezept jetzt kochen. Das ist ja, jetzt geht's. Untertitelung. BR 2018